Herzlich Willkommen zurück zur neuen Folge. Wir sollen eigentlich schlafen gehen, aber ich finde, wir sollten uns eher umschauen. Ich habe mittlerweile auch mal die erste Folge gerendert und festgestellt, natürlich ist der Sound nicht ganz so gut wie an dem normalen Mikrofon. Denn ich habe euch ja schon mal erzählt, dass ich ja jetzt mit dem Headset-Mikrofon spiele. Zumindest dieses Let's Play, die erste Episode, das hat sich einfach so ergeben, weil irgendwie hat mein neuer Windows-Rechner ein Problem mit unserem alten Mikrofon. Aber das lässt sich bestimmt lösen. Wir gucken uns jetzt einfach erstmal, wir gehen erstmal in diesen Gang hier und gucken uns ein bisschen um. Dabei sollte ich auf die Zeit achten. Das ist ganz nett hier, ne? Und er steht definitiv auf Gemälde der Liebe, Lord Mortimer. Duke Manuel Godoy. Okay. Was haben wir hier? Die kennt man halt alle, ne? Das sind alles so Szenerien. Oh, Stillleben. Ich stehe ja nicht so auf Stillleben persönlich. Ich mag lieber Landschaftsaufnahmen. Was haben wir hier? Oh, da wird geflirtet im Vordergrund. Ist klar. Oh, das sehe ich schon. Das ist unser Zimmer, aber ich will ja da noch nicht rein. Ich will mich noch ein bisschen umgucken. Es ist auch so geil, wie alle so ein bisschen mit ihrem Akzent die anderen Leute aussprechen. Was haben wir hier? Ah, hier haben wir was gefunden. So ein komisches Gelee. Ich finde diese Teile, die Kronleuchte, äh, beziehungsweise die ganzen Stellen, sehen so ein bisschen aus wie alte Telefone. Das ist ganz schön groß hier. Und so viele Sitzgelegenheiten ist ein bisschen, ein bisschen übertrieben, würde ich sagen. Hier, hier ist Washingtons Zimmer. Laufen wir mal ein bisschen schneller. Kann man hier eigentlich, wahrscheinlich kann man hier mal mit einem Krastaus machen, vermute ich. Hier fällt so schön das Mondlicht drauf. Der muss schon ganz schön Geld haben, dieser Lord Mortimer. Ich frage mich, ob der auch so eine historische Person sein soll. Ich habe das jetzt mal nicht gegoogelt, weil ich wollte nicht gleich, dass das Spiel mich am Ende spoilert. Ja, wie vermutet sind wir jetzt einfach krass gelaufen. Dann joggen wir erstmal zu unserem Raum. Das sollen wir ja scheinbar tun. Dann gucken wir mal, ob wir irgendwelche Indizien finden können. Oh, hier geht es höher noch. Ah, das darf ich natürlich noch nicht. Das Verschwinden unserer Mutter. So wie ich das verstanden habe, sind wir nämlich gerade in ihrem Zimmer. Untergebracht. Und da ist noch was. Gold-Elixier. Gold-Elixier hebt alle negativen Effekte auf, die auf dir lasten. Du kannst nicht mehr als für Freude tragen. Okay. Boah, ich will was von dem Kuchen. Oh, hier liegt auch noch was. Bücher. Oh, wie benehme ich mich richtig, na? Vielleicht soll ich das auch mal lesen. So eine nobel Gesellschaft. So, Jacques Péru. Jacques Péru. Was haben wir hier? Monsieur Napoleon Bonaparte. Oh, Napoleon. Alles klar. Warum auch nicht. So, jetzt hier ist doch der Anfang. Das sieht halt auch gleich aus. Ja, weil hier ist es wieder Lady. Ja, genau. Dann gehen wir zu unserem Raum. Tap, tap, tap. Das war hier, ne? Hm, das ist mir. Right. So, was soll ich mit diesem Lettern machen? Es könnte über meine Mutter' Erwähnung sein. Aber wenn ich es öffne, dann werde ich Piagis' Vertrauen betrösen. Was soll ich tun? Oh, natürlich das hier. Okay, ich habe jetzt keine Chilis mehr. Äh, sehr witzig. Das ging gerade so ein bisschen, hey, übrigens, geöffnet und dann ging der Dialog ins nächste weiter. Das sind die Enzyklopädien. Das Regeln des Benehmens. Welches ist denn das? Taschentuch, Taschentuch, Taschentuch. Ah, okay, ich darf doch noch nicht reingucken. Gucken wir uns doch hier mal um. Oh, Gott, okay. Hm, Kameelitengeist versetzt sich in den Zustand fokussiert. Der nächste, die nächste Fertigkeitseinsatz kostet dich nichts. Du kannst nicht mehr als fünf Beute tragen. Also, fünf ist ja immer hier das Maximum. Was haben wir hier? Ja, davon gibt es ganz, ganz, ganz viele Gemälde, Tatsache. Und das unten hat er angeblich laut Mortimer gemalt. Das ist total grausame. Er kennt sich ja jetzt ganz gut damit aus. Francis of Assisi in Ecstasy. Before superior voices. It always amuses me to see how art gets used for propaganda purposes. Auch noch heute, ne? The conversion of St. Paul by Caravaggio. It's incredible. It doesn't look like a copy, but I was sure the original was in Rome. You never know, würde ich sagen. Mortimer hat ja anscheinend krasse Beziehungen. Okay, jetzt halten wir hier keinen Punkt mehr dafür. Das können wir uns ja schon mal merken. Was haben wir hier? Oh, hier liegen doch auch wieder Bücher. Gucken wir mal ein bisschen raus. Das ist schon sehr eine rauere Insel. Also wenn ich mir so ein fettes Anwesen auf der Insel bauen würde, würde ich die schon ein bisschen... Kommt mal wieder rein wahrscheinlich. Dann würde ich mir schon eine grünere Insel aussuchen. Aber wer weiß, also bisher sieht es ja auch so aus, als wären wir... Jetzt würden hier sich so ein bisschen die Elite der Elite treffen. Und die wollen halt wahrscheinlich auch abseits sein und ihre Ruhe haben. Und ich sehe da einen Schmetterling. Ah, okay, das können wir nicht einsammeln, weil wir davon schon so viele haben. Dann essen wir mal einen. Was haben wir hier? Jetzt sind wir die Insel. Okay. Okay, die habe ich nicht mal gesehen, dass die da ist. Es hat nur halt geglitzert und geblinkt. Was haben wir hier? Noch mehr davon. Ich bin ja jetzt nicht der größte Fan von so viel. Also ich liebe Dinge einsammeln. Also sammeln, Münzen. Ich weiß nicht, ob das sein muss. Wenn sie keinen Sinn haben im Spiel, wenn man damit nichts machen kann. Wir knacken jetzt erstmal. Schiss hier. Da kommen wir noch raus. Also da können wir nichts machen. Das ist ein bisschen gemein manchmal. Ich komme ja nur wieder raus. Dann gehen wir doch mal in unser zweites Zimmer. Das ist bestimmt unser Bett drin. Ich dachte eigentlich, ihr sagt was. Deswegen habe ich jetzt mal die Knappe gehalten. Aber scheinbar geht da einfach wortlos. Oh. Okay. Vor der Küste von England. Erfolgreich. Ich muss hier euch wahrscheinlich nicht alles vorlesen. Also sind die Aufgaben nicht erfüllt. Habe ich habe Washington zum Beispiel kennengelernt. Ich habe dem Sir Homme im Saloon-Gesellschaft geleistet. Ich habe ein seltsames Buch gefunden. Alternative Wege. Ich hätte in der großen Halle bleiben können, um mich mit Mr. Washington zu unterhalten. Ja, klar. Unaufel gab es jetzt nichts. Okay, mal sehen, für was man alles Punkte kriegt. Freigeschaltete Eigenschaften. Erkannte Charaktereigenschaften. Neue Charaktere. Ausgenutzte Schwächen und gefundene Gegenstände. Alles klar. Jetzt steht hier, ich habe drei neue Punkte. Kann ich eigentlich dann auch sowas hier skillen? Ah, Stufe 0. Ah, alles klar. Wenn ich jetzt drei mache, bin ich Stufe 1. Okay, sehr gut. Das macht so, finde ich, jetzt mal Sinn, weil... Aufmerksamkeit braucht man scheinbar echt oft. Und, ähm... Das hat mich ein bisschen geärgert, dass wir... Ah, okay. Jetzt haben wir keinen mehr. Jetzt sind wir gut in Manipulation. Das finde ich eigentlich, glaube ich, ganz gut. Würde es als erstes haben. Und wir sind sehr aufmerksam. So. Machen wir das doch jetzt mal. Also, Manuskripte auswählen. Hier kannst du festlegen, was du während deiner Abenteuer liest. Jedes Manuskript, das du liest, bringt dir am Ende des Kapitels Fertigkeits. Bitte. Okay, also ich könnte entweder die Enzyklopädie lesen. Also, 150 Akademiker und Gelehrte drucken zur Schaffung dieser ersten Sammlung des Menschenwissens. Beide kriege ich. Einen Punkt in Wissenschaft, Sprache und Belesenheit. Kann nicht ausgewählt werden. Finde alle Teile. Okay. Dann einen auf Ökotismus, einen auf Etikette oder einen auf Wissenschaft. Ich finde das ja ganz nett. So. Kann immer nur eins auswählen. Naja. Oh, wir haben schon wieder so einen komischen Flashback. Oder wir gucken in die Zukunft. Man weiß es ja noch nicht so recht. Aber es sieht für mich immer so aus, als wäre es die Vergangenheit. Das war's. The servants are not very efficient. Der Richet can't be far away. They'll find her soon. Their search time is restricted, given that they must keep an eye on Adams. I can take care of her, you know. Yes. Well, in any case, I do thank you for bringing her to the island. From what I've understood, the search of Der Richet's room hasn't turned up any results. Not yet, no. But we've put her son in there. Perhaps he'll find something. Hmm. That might come in handy. Louis grows impatient at not yet having met the famous Lord Mortimer. He will meet him tomorrow. Oh, what a pity to lose a knight at the start of the game. Are you waiting for someone? A young French soldier. During our game of chess? Don't worry, Gregory. The game won't disappear. I'll have one of my men escort you back. Don't trouble yourself. I know my way out. Oh, it's kind of a pity. Good evening, gentlemen. Please forgive me for this late hour. It is never too late. And we have much to discuss. One last move? Don't worry. Our games always seem to end like this. Or always start like this. Come, come. Take a seat, my friend. Do you think that's, like, a fool? Yes. ok also sehen wir immer durch die Augen eines anderen scheinbar und kriegen davon Nasenbluten unsere Mutter hat ja auch gesagt, dass wir einen höheren Wert haben, als wir glauben, zu wissen ja, aber bevor wir den aufmachen, gucken wir uns hier einmal kurz um St. Matthew, oder Matthew writing his Gospel, dictated to him by voices Dear Monsieur de Richer, please excuse me, but I am unable to join you at present However, rest assured that we are doing all we can to resolve the case that concerns us By the way, enclosed, you will find a key that will enable you to retrieve the personal effects your mother left behind yours faithfully, Lord William Mortimer Dear Monsieur de Richer Sorry, ich wollte eigentlich das andere anwählen, was da noch ist Pinschlüssel Und nur rausfinden, wo da reinpasst Hier leuchtet noch was, oder? Ja Dann essen wir doch nochmal so einen Boah, alles so krass Genau das wollte ich gerade sagen Richtig schlimme Bilder in unserem Raum Vor allem, ob das in den anderen Also scheinbar haben Räume ja Themen Man erkennt ja hier schon, das ist immer so ein bisschen Besessenheit, Ängste, Wünsche Ja, ich komm doch gleich Alles gut Oh Gott Erdsternchen Erdsternchen versetzt sich in den Zustand Sensibilität Du kannst vorübergehend die Immunität und Schwächen erkennen, die sich auf einem Dialog auswirken Du kannst nicht mehr als fünf Weltraken Ach, wenn man so viel findet, wird wahrscheinlich sehr, sehr bald sehr viel Oh Gott, ey, alles Bestrafungssachen, ich komme Wir müssen noch gucken, ob der Schlüssel in die Box passt Was ist hier? Das habe ich schon Tja Tja Die wollte ich mir doch angucken Na dann Er hört doch nicht auf zu klopfen, ne? Okay Gucken wir doch erstmal hier Dass er lieber Washington möchte Nein 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 Nichts Nichts Was ist etwas falsch? Ich werde deine Hilfe brauchen Du kannst du die junge Frau, die wir in der Halle sprechen Ja Ich habe sie in der kleine Salon vor Na 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 Ja, ich muss sicher sein, dass du sie in. Ich will, dass du dich entdeckst, während ich in der Raum suchen. Und vielleicht auf meine Hand auf eine wichtige Information. Ich hoffe, dass du so. Elisabeth ist in der Small Salon. Wenn du sie hörst, kannst du sie noch nicht sehen. Ich muss nur zehn Minuten. Aber wenn meine Vision ist wahr, da sind zwei Menschen nebenbei, diskutieren sehr wichtige Themen, und einer sieht viel wie Mortimer. Washington ist sehr leid, aber ich kam zu dieser Isle für meine Mutter, nicht für seine Geschichten. Und der ist, äh, wo? Ist ja nicht so, als würde ich mich hier unten wahrscheinlich. Jetzt würde ich mich hier super gut auskennen. In diesem mega krass großen Haus. Jo. Da höre ich doch schon. Boah, hier sind auch so... Wir können uns die auch angucken. So grausame Sachen. Können wir uns das angucken? Ja. Fall of the Damned by Rubens. The man who cannot achieve the salvation of God the Father, is offered to fall into the depths of the Abyss. Ich interessiere mich ja sehr... für Kunst. Deswegen muss ich mir leider auch alles angucken. Es war mir voll leid für die Leute, die es nicht ganz so spannend finden, aber... vor allem diese riesen Tür. Sagt er was zu der Tür? Ne, die Tür, bitte. Lord Mortimer certainly has a taste for staging rooms. Genau hier ist dieses Bild von was Saturn ist sein Sohn. Oh Gott, da ist jemand... der scheint ganz schön viel los zu sein. Der scheint sich zwei Leute zu streiten. Lives of the noble Greeks and Romans. By Plutarch. A biography of the great men. Ah, dann wieder mal. Opened Brutus' page. Caesar, stabbed by multiple blows at once, sees Brutus, raised the dagger on him. Then, covering his head with his robe, he delivers himself to the arms of the Conspirators. Nice family. Let's keep it. Mike, come in handy someday. Geil, wie er sich dieses große Buch einfach in die Tasche steckt. Sehr gut. So, was haben wir hier noch? Okay, jetzt können wir uns hier... Zeus angucken. Sieht ein bisschen aus wie so ein Blitz in einer Hand hat. Gold-Elixier... Ist hier noch irgendwas? Nö. Na dann gucken wir mal, was da so lau... Oh. Hier war doch was. Noch mehr Münzen. Das ist your fucking whore, hab ich nur verstanden, was? Ah, mein sohn. Oh, du bist ein God-send. Was ist das Problem, Your Eminence? Ich glaube, Miss Adams vielleicht in danger. Was meinst du? Du hörst du das? Sie hat manhandelt in dieser kleinen Salon. By whom? Ich weiß nicht genau. Ein thug. Ein Frenchman, it seems. By the cap of his craw, würde ich sagen, er ist ein Mitglied der French Revolutionary Regierung. Du sollst etwas machen, mein sohn. Klar, gehen wir rein. Scheiße. Ich sollte sicher sein, dass Adams nicht zurück in einen Raum gehen würde. Du sollst keine Angst haben, Herr Eminence. Ich nehme es vor. Wahrscheinlich nichts, was mich überrascht. Wollt ihr mich um Hilfe zu holen? Bitte nicht. Ich bin sicher, dass alles gut funktioniert. Ich bin sicher, dass alles gut funktioniert. Geh doch nicht und das ganze Manor wach. Bitte. Danke, mein Sohn. May God watch over you. Was glaubst du, du bist? Wer glaubst du, du bist? Bitte. Lass mich zurück nach meinem Raum gehen. Hey, du! Bleib weg! Das ist nichts von dir. Ich werde diese kleine Schmerzen wie zu behave. Was ist passiert? Huh? Ich glaube nicht, du wissen, wer ich bin. Stopp. Ich versuchte dich. Ich wollte nicht. Keine Ahnung. Bitte, Herr. Advpleget petit. 把sniff wiederk papeln. Nee, erst mal in's... Du, tu mouths flew!! Oh, nein. Ich hoffe wir können auch später eingreifen. Oh 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 oh, Gott, oh Gott, oh Gott Noch... nicht verschimmern... Komm Oh oh Los Nein Beruhig dich Gott Wie... Nein, ich hoffe... Nein, nicht gehen! Nicht! Wieso geht er? Nein, warum geht er denn? Was für ein Schnapsschwanz Gut Did Elisabeth give you any trouble? Elisabeth? No Oh Well, you could have mentioned she was with a raving maniac, huh? What do you mean? She was with a Frenchman. He was about to beat her when I arrived. What the devil are you talking about? I thought he was gonna kill the poor girl. Did you intervene? I did what was necessary to give you enough time to search her room. Good work, my friend. I knew that I could count on you. So tell me, did you find any information? Oh... Yes. What I found is likely to upset you. What do you mean by that? Elizabeth is indeed the daughter of John Adams. Why pass her off as dead? I found her medical file. It appears that for many years your mother was her personal doctor. From what I read, she behaved more like a butcher than a doctor. What are you talking about? What are you talking about? What are you talking about? John, what's going on here? John believed that his daughter was possessed. He appealed to your mother to save her, but... The treatment she inflicted on the poor child. My god. Stop beating around the bush. What exactly did she do to her? Do you believe your mother capable of torturing a child? Oh god. What? I trust this woman everything. My mother got her hands dirty for the common good. So don't be too quick to judge her. For the common good? We're talking about the vivisection of a child. Of tattooing her from head to foot with a red horse iron. Stop this. For her fifth birthday, she inflicted the stigma of Christ on her. And for her tenth birthday, a hysterectomy. What kind of gift is that for a child? My mother is not a monster. Oh god. Oh god. I do not doubt that your mother meant well. But the technique is described in the file. It is pure torture. Oh. I have to go. Please. I need some time alone. I have seen some horrors in my time. But if what is written in these damn documents is true. Be brave, my boy. Oh, it's so bad. Oh god. Auf den Schock muss ich mich erholen. Und dann habe ich ihr nicht mehr geholfen, ey. Können wir ihr denn noch helfen? Gucken. Ne. Ja? Nein! Dürfen wir nicht. Oh fuck, ey. Das ist nicht schön. Aber ich habe mir das... weitergeht. Bis dann. Tschüss. 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 頭